Ich begrüße euch heute mal etwas stehend, mal wieder das alte Format ausgepackt, um etwas lose daherzureden. Zum Wochenausblick, gestern hatte ich den veröffentlicht, gibt es ja viele Grafiken. Hier soll es mal etwas meine Einschätzung sein, einfach mal meine Meinung zur vergangenen Woche, zur neuen Handelswoche, die spannend wird. Dieses Format kam eigentlich immer gut an und ich hoffe, dass es auch weiterhin so funktionieren wird. Wir sind im Monatswechsel, der Mai, er war super, er war dunkelgrün, der DAX immerhin über 3% noch geholt, der S&P 500 über 5%, nee knapp 5% geholt, aber trotzdem gigantisch. Der Nasdaq 6% geholt, der stand ja im Monatsverlauf teilweise schon über 8%, hat ein bisschen abgegeben, aber wir hatten jetzt in den Monatswechsel hinein so eine kleine Schlussrampe und ich hatte es ja gestern auch schon gesagt, im Wochenausblick bzw. auch im Trading Chat auf tradingportal.net. Monatswechsel sowieso gerne Sonderfaktoren, Monatsauftakt fester geprägt, da kommen die Sparpläne mit hinein, die ausgeführt werden, die stützen erstmal, kommt gerne der feste Start und dann mal gucken, ob es das bis in den Schluss anhalten kann. Also dieser Sonderfaktor, wir sehen ja, ich gucke selber mal rüber, wir sind aktuell, stehen wir auch fester da, das passt hinein, aber das muss nun auch in den Schluss halten. Übergorten, ich habe die Grafiken ja eben auch schon im Trading Chat gepostet, kommen gerne in den Mitte hinein, für DAX, S&P 500, Nasdaq sieht die Sache gar nicht so verkehrt aus, die sind sehr gut abgedreht, insbesondere S&P 500 und der Nasdaq, die hatten ja die konsolidierende vierte Welle, die hatten wir ja vor einer Woche schon besprochen und die hatten wir in der vergangenen Woche geholt, dann den Rebound, wieder an der 50-Tages-Linie, als die vier wäre abgeschlossen, jetzt der feste Start, okay, Sonderfaktor, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das so nachhaltig ist, das wird jetzt spannend werden in dieser Handelswoche, der Rebound kommt jedenfalls genau zur richtigen Stelle, genau zur richtigen Zeit, aber er muss nachhaltig sein, also schautechnisch sehen die gut aus, für eine weitere fünfte Welle Richtung Allzeithoch, aber der Trendfolger MACD, der sendet hier ein Warnsignal, wir haben sowieso einige Differgenzen im Markt und hier ist eine weitere, daher Sonderfaktor, ein bisschen abwarten, ob das so passt, Monatswechsel fester, da sehen wir gerne noch ein bisschen Window Tracing, Rebounding, was man so mit hineinkommt, daher ein bisschen zu hinterfragen, ist das schon der Rebound gewesen an der wichtigen Zone oder ist das eben nur dieser Sonderfaktor, den wir jetzt sehen, da der Tagesabschluss, beziehungsweise auch Stopp, morgen wird dann spannend, Schautechnisch, hatte ich schon gesagt, sieht die Sache gut aus, saisonal laufen jetzt eigentlich auch in eine gute Phase hinein, eigentlich sell in May and go away, but remember, you come back in September, so richtig, passt das im Wahljahr nicht, sowieso sell in May, sag ich ja eigentlich seit Jahren, passt überhaupt nicht, dieser Spruch, der Mai ist meistens ein fester Monat, ein bisschen zweigeteilt ist er gerne, aber ist eigentlich immer positiv, die Phase danach, die dünnen Sommermonate, ist das Schwierige, außer im Wahljahr, im Wahljahr sind Juni, Juli, August eigentlich solide Monat, jetzt keine, wo man explodiert nach oben, aber solide, positive Monate und daher mal gucken, ob die Saisonalität greift, in diesem Jahr, alle, die regelmäßig dabei sind, die wissen das schon, ich wiederhole mich, in diesem Jahr, die Saisonalität funktioniert nicht so recht, im letzten Jahr war das perfekt, konnte man fast die Uhr danach stellen, in diesem Monat, in diesem Jahr nicht so richtig, eigentlich der Mai, im Wahljahr, positiv, auch nur mit so einer Performance, jetzt haben wir die Mai-Performance gigantisch ausgebildet, mal gucken, ob dann da die Saisonalität direkt ansetzen kann, unter Juni, Juli, August, in der Tat fester ausfallen können, momentan der Jahresverlauf, die ersten 100 Handelstage, über 10% für den S&P 500, auch diese Grafiken hatte ich im Trading-Chat gepostet, komme gerne mit hinein, wenn ihr die Live-Begleitung haben möchtet, ist es ein gutes Zeichen für das Gesamtjahr, normalerweise fast immer kommt ein positives Jahr, die Permabeeren, die wirklich ein ganz, nicht nur eine konsolidierung wollen, sondern richtig mal so nach Rücken drücken, einen Bärenmarkt auslösen wollen, der mal ein, zwei Jahre dauern kann, die brauchen eigentlich einen Trigger, die brauchen den sogenannten schwarzen Schwan, normalerweise in diesem Umfeld, was wir gerade haben, mit der sehr guten Performance bisher folgt auch, muss ja nicht ganz viel draufgepackt werden, aber es folgt eben ein grünes Jahr, das 2024 passend ausgebildet wird, dass es viele Warnsignale gibt, ja, das zeige ich auch immer wieder, das mit der Zinswende, Softlanding, Fragezeichen, alles klar, aber momentan müssen wir ja sehen, was der Markt draus macht, das sehen wir ja auch ganz groß, auch immer das Thema Geopolitik, sehe ich bei meinen Kommentaren unter YouTube, aber die Geopolitik, wieso die Geopolitik nicht, ich kann mir schon vorstellen, aus welcher Ecke die Zuschauer kommen, aus welchen Videos die vorher geschaut haben, Geopolitik und der Markt, immer schwierig, es war bei der Hamas so, Angriff aus Israel, das ist für die, so bitter das alles ist, es ist alles schrecklich menschlich, aber an der Wall Street agiert die ganz kühl, die gucken, ist das jetzt interessant für mich, wird das Öl weiter gefördert, ja, alles gut, also vollkommen egal, es ist menschlich schrecklich, aber was macht der kühle Markt daraus, diese Frage wird häufig nicht richtig gestellt und das gleiche jetzt auch bei Waffenlieferung, Panzerlieferung, haben wir immer diese Richtung Ukraine, haben immer diese Steigerung gesehen, immer war es noch schlimmer, noch schlimmer, der Markt muss da reagieren, dann, er reagiert schon, wenn es soweit ist, momentan ist es nicht soweit, genau, China, ganz viele Kommentare, ich kann mir sehr gut vorstellen, von wo die ganzen Zuschauer kommen, welches Video die zuvor gesehen haben, auch das wird erst relevant, wenn es soweit ist, also ich hatte ja China ETF zum Jahreswechsel gekauft, das ist über 30% nach oben gestiegen, das war super, das kann man sichern, mitnehmen und sich drüber freuen und leicht investiert bleiben, natürlich mit einem wachsamen Auge, aber jetzt zu sagen, oh, China, so im Juni ist es soweit, man muss das nicht alles immer gleich, es steckt ja auch was dahinter, natürlich ist das ein riesiger Konflikt, der kann ausbrechen und wenn es soweit ist, Hände hoch und aufpassen, da muss man ja nicht investieren, aber bis dahin muss man sich einfach, das sind momentan die Spielregeln am Markt und wer da mitspielen möchte, der muss sich an den Spielregeln halten, ansonsten läuft das Spiel ohne ihn ab, und wenn China nun Taiwan angreift, im Juni ist es soweit, das braucht auch Vorbereitung, da müssen wir ja erstmal die Truppen zusammenziehen, das ist eine Insel, das ist nicht wie bei der Ukraine, wo man rüberfährt, selbst da hat aber Russland viel vorbereitet mit der Übung vorher und aus der Kalten greift man so ein Land nicht einfach an, also das ist nicht einfach so, nächste Woche greifen wir an, das wird sich abzeichnen, das wird sich abzeichnen und dann kann man immer noch so Geopolitik schauen, also seid da ein bisschen vorsichtig, mal diese Kommentare aktuell wieder überhand nehmen, wenn man da irgendwas, den bärischen Trigger sucht, da kann da passieren, zweifelsohne kann da passieren, aber da warten ja nun viele schon viele, viele Monate, das kann man im Trading nicht berücksichtigen, um das Thema Geopolitik noch etwas anzusprechen. Nun gut, also wir laufen jetzt in den festen Start hinein, Saisonalität stimmt, Sonderfaktor Monatswechsel, das wird erstmal Obacht sein, ich bringe die aktuellen Grafiken, bringe ich da natürlich im Trading Chat hinein, wenn wir jetzt vielleicht im Tagesverlauf etwas schwächer sehen, der DAX ist ja nun auch in einer interessanten Zone gerade angekommen, aber das Update hatte ich schon gepostet. Blicken wir noch mal kurz auf die letzte Woche zurück. Ja, wir hatten den Rebound nach oben in den Schluss, Monatsschluss, okay, Sonderfaktor, oder ist das schon der Wichtige, das ist wirklich das große Fragezeichen, denn der Rebound kam, wir haben es ja immer angeschaut, und er kam genau dort, wo er kommen müsste für S&P und Nasdaq und es sah wirklich danach aus, es war eng, 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 hat die letzte halbe Stunde im Monat nach oben gepusht, aber so kräftig ist es wirklich der Sonderfaktor. Kann sein, muss es nicht, das steht jetzt unter Beweis, die Bullen müssen dranbleiben, nicht gleich die ersten Minuten, die wir jetzt hier haben, die feste reinkommen, das sind nochmal die Sonderfaktoren, die Sparpläne etc., die ausgeführt werden, das sehen wir im Zugang zum Monatsauftakt, das kann man noch nicht sehen, aber ob es dann in den Tagesschluss, beziehungsweise auch morgen anhält, das wird spannend sein, denn abseits dieses Faktors, den man gesehen hat, die letzte halbe Stunde, die wir jetzt vielleicht noch nicht überinterpretieren sollen, war die vergangene Woche doch schon etwas aufschlussreicher, denn ich hatte auch alles gepostet im Trading Chat, ein bisschen war es auffällig, dass das Thema Inflation nicht mal ganz so gewichtig war, sondern das Thema Konjunktur, wir hatten in den vergangenen Wochen, Monaten, fast schon häufig diese Spielchen, any news are good news, gute Nachrichten sind gute Nachrichten, also wenn die Konjunktur gut ist, und bad news are good news, hat man sehr häufig, ja die Konjunktur trübt sich ein, super, der Arbeitsmarkt trübt sich ein, ja super, heißt ja, ist nicht inflationär, die Inflation kommt zurück, und die Notenbank kann sich fokussieren auf die Konjunktur, heißt Zinssenkung kommen, das haben wir zu häufig gespielt, Thema bad news are good news, hatte ich auch immer gesagt, das ist das Mantra, was noch funktioniert, aber mal gucken, wann die Sache umkippt so langsam, wann ist bad zu bad, also wann ist es zu schlecht, wann trübt die Konjunktur zu sehr ein, und es kommen Fragezeichen auf, ein fortgeführter, desinflationärer Trend ist nicht unbedingt gut für die Quartalsergebnisse von Unternehmen, und eine zu starke Eintrübung passt eben auch nicht in die euphorische Schätzung für die Unternehmensgewinne in die zweite Jahreshälfte, hatte ich ja häufig schon gesagt, man ist sehr euphorisch gestimmt, nicht unbedingt für die Big 7 oder Big 5 mittlerweile, nur die hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne NVIDIA und Co., sondern für die Breite des Marktes, die momentan eben schwächelt, die kommt nicht richtig hinterher, und da ist man eigentlich, die Prognosen, die sagen, ja, die holen auf zur zweiten Jahreshälfte, das wird super, ja, und zwar richtig, und was sehen wir jetzt, eingetriebte Konjunkturdaten, immer noch bad news are good news, wir hatten einige Earnings in der vergangenen Woche, wo auch der Ausblick enttäuscht hat, es passt nicht in die Prognose hinein, dass die Breite der Masse aufholen möchte, stark aufholen möchte, diese Fragezeichen wurden in der vergangenen Woche stärker gesetzt, und wir hatten in der Tat mehrere Bad News, auch frühen die Kaktoren, die Einkaufsmanager-Indizes, wo der Markt nicht mehr positiv reagiert hat, das war auffällig, obwohl die Anlärrenditen rückläufig waren, aber die waren nicht mehr rückläufig, wegen der besseren Inflationsdaten, ganz leicht besseren Inflationsdaten, sondern weil die Konjunktur weiter eindrückt, und weil die Schuldenaufnahme auch mit abgewickelt werden muss, das Thema ist deutlich stärker geworden, und es gab so einen kleinen Umstrengung, das ist wie gesagt so Nuancen erstmal, aber es war auffällig, dass das Thema Konjunktur, bad news, good news, hat nicht mehr richtig gezogen, wie gesagt, die letzte halbe Stunde muss man ausklären, das steht jetzt unter Beweis, ich möchte jetzt nicht zu bärisch sehen, wie gesagt, S&P 500, Nasdaq, sehen gut aus, für eine fünfte Welle, aber eine fünfte Welle ist eben auch eine Welle, eine sechste kommt ja erstmal nicht, dann kommt erstmal eine Konsolidierung, oder vielleicht mehr, aber in diesem Punkt sieht das erstmal gut aus, aber die halbe Stunde, wie gesagt, möchte ich noch nicht überwenden, und ich möchte auch nicht die erste Tageshälfte in dem Wochenauftakt überwenden, da sind eben die Sonderfaktoren, die zählen, und die bad news, Konjunkturdaten wird spannend werden, vergangene Woche, die Earnings waren spannend, weil eben gerne nicht alles getroffen wurde, der Ausblick gerne mal enttäuscht wird, und wir hatten mehrere Anleiheauktionen, Anleiheauktionen, die ich eben schon erwähnt habe, die, ja, wo die Nachfrage, gerade aus dem Ausland, ein bisschen bedenklich waren, also man verschuldet sich ja kräftig, wir hatten die BIP-Daten auch in der vergangenen Woche, was war es, 1,3% BIP Q1 USA, boomende Wirtschaft, läuft sie heiß, also heiß laufen tut sie nicht, von 3,4, vierten Quartal, auf 1,3, puh, wie geht es dem Q2 weiter aus, da kommen die Fragen auf, man braucht 8 Dollar Schulden, um 1 Dollar Wachstum in den USA zu erzeugen, klingt nicht sehr nachhaltig, also diese Frage der Konjunktur, vergangene Woche, gab es da ein leichtes Umdenken, es gab ein leichtes Umdenken, ist es schon das große Umdenken, mal gucken, denn da kommen wir zu dieser Handelswoche, die wird dann in der Tat spannender, warum, es kommen verdammt viele Konjunkturdaten hinein, wir haben unter anderem Industriedaten, Industrieproduktion, Auftragslag, USA, Deutschland aber ebenso, bei Deutschland gab es viele Fragezeichen, also die Konjunkturdaten letzte Woche waren enttäuschend, wir hatten den IFO-Index, hatten nicht mehr überrascht, was hatten wir noch, Einzelhandelsdaten waren sehr schwach, man hat ja eigentlich gehofft, okay, das ist die Talsuhe, jetzt geht es deutlich nach oben, aber die letzten Daten, die warten, die sagen, die Talsuhe, jetzt hitze ich noch ein bisschen hin, ja, wir sind vermutlich keine Rezessionen mehr, aber dann haben wir eben Wachstum von 0,1, 0,2%, hurra, wir boomen, naja, also das war ein bisschen fraglich, aber hier ist dann eben, auch wieder der Punkt, ja, dann kommen auf alle Fälle die Zinssenkungen, weil die Inflation in Europa eigentlich an der Zielzone ist und die Konjunktur schwach ist, dann wechselt die EZB einfach auf Fokus Konjunktur, werden wir diesen Donnerstag sehen, aber diese Woche Konjunkturdaten, wie gesagt, im Fokus, insbesondere für die USA, Industriedaten, wir haben den ISM, der wird heute schon gemeldet, fürs verarbeitende Gewerbe, für die Industrie, 16 Uhr, morgen glaube ich, ach, ich kann ja mal rüberblicken, ich habe es auch nicht alles im Kopf, gehen wir kurz mal rüber, morgen, dann, morgen ist nur die Auftragslage, Auftragseingang in der US-Industrie dabei, übermorgen ist der ISM für den Dienstleistungssektor, das sind wirklich konjunkturell wichtige Frühintikatorien, die wir haben, die müssen eine gewisse Stabilität ausstrahlen, anderenfalls kommt das Thema Konjunktur doch wieder fester, und Freitag hätten wir auch noch sehr wichtig, der US-Arbeitsmarktbericht, der da hineinkommt, der US-Arbeitsmarktbericht, der zu stark ausfällt, ist es zu stark, könnte Lohndruck wieder hineinkommen, also wir haben sowieso so viel Interpretationsspielraum in den Daten, sowie widersprüchliche Daten auch in den USA, und das hält ihm auch etwas die Unsicherheit hoch, in Europa ist die Sachlage deutlich klarer, Inflation ist fast am Ziel, Konjunktur ist schwach, die Zinswende kann kommen, und sie kommt, an diesem Donnerstag ist EZB-Ratssitzung, habt ihr vielleicht auch gerade gesehen, die Zinsen werden gesenkt, mal gucken, wie es da weitergeht, aber in Europa ist Klarheit, und Klarheit mag der Markt eigentlich schon in den USA, was ist denn jetzt mit der Konjunktur, trübst es sich zu doll ein, laufen wir heiß, das können wir langsam abhaken, aber wie schlimm steht es denn um die Konjunktur, diese Frage ist eben nicht geklärt, und die Frage ist, ob die Inflation doch nochmal zurückkommt, man steht viel höher als in Europa, damit auch die Frage der Zinswende, also sehr viele Fragezeichen in den USA, als Europa momentan besser positioniert, auch wenn wir das schwächere Wachstum haben, also wichtige Konjunkturdaten der ISM, Frühindikator, Industrie haben wir, und der wichtige Arbeitsmarktbericht, wo vielleicht saisonale Faktoren mit reinspielen, es wird langsam warm, alles war so draußen, Dienstleistungsbereich, auch landwirtschaftlicher Bereich, könnte etwas anziehen, könnte die Daten etwas besser ausfallen lassen, aber ein großes Fragezeichen, also immer ist auch immer die Komponente beim ISM, da wird eine Preiskomponente gemeldet, und die Konjunkturkomponente beim Arbeitsmarktbericht ist ganz ähnlich, die neu geschaffenen Stellen, und eben die Lohnstundenlöhne, die gemeldet werden, also Inflation, Konjunktur, da spielt er mit rein, Jamie Dimon, JP Morgan, der ist ja ein ganz großer Mahner von einer Stagnation, oder Stagflation, heißt, Inflation bleibt zu hoch, und die Konjunktur geht weiter zurück, das Problem, was der Markt sich aktuell ein bisschen gestellt hat, war einfach, dass er viele Antworten zu früh antworten möchte, Softlanding ist gesichert, alles ist gut, wir sind im besten Szenario, und das ist eben nicht so sicher, und das nicht so sicher, das merkt man so ein bisschen in dieser Unsicherheit im Markt, ich kann ja hier noch mal eine Grafik zeigen, habe ich hier irgendwo, ich hole sie mir raus, glaube ich hier, diese Grafik kennt der, das zeige ich auch immer wieder, immer regelmäßig, das sind die Entwicklungen der Leitzinsen in den USA, für die letzten Jahrzehnte, und Grau dahinter hinterlegt, das sind die jeweiligen Eintrübungen, die Konjunkturierenden Eintrübungen, das sind die Rezessionen, und ihr seht sehr gut, dass im ersten mit den Zinssenkungen, wirklich auch die Rezession aufgekommen ist, das sieht man sehr häufig, auch die invertierten Zinsstrukturkurven, die wir haben, zehn Jahre, so dreimonatigen, die sind so stark invertiert, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, und in der Vergangenheit war das immer ein sicherer Rezessionsstricker, ich möchte sie nicht ausrufen, die Rezession, um Gottes Willen, aber der Markt beantwortet Fragen, aktuell, oder hat sie schon beantwortet, Softlanding ist gesichert, oder sogar Snowlanding, war eigentlich in der Historie, war das erst jetzt spannend, mit der Zinswende wird das spannend, die Rezessionen sind alle erst in die Zinswende hineingekommen, dauerten an bis zum neuen Zinsniveau, und da wurde es eigentlich auch erst für den Markt schwierig, hatte ich auch häufig gepostet, die Zinserhöhungshückeln sind für den Markt eigentlich positiv, Zinssenkungshückeln für den Markt in der Mehrheit negativ, auch deutlich negativ für die letzten Jahrzehnte, Performance gibt es davon über 23% nach unten, und sicherlich waren da auch Bärenmärkte dabei, aber das ist eben der Grund, warum die Zinssenkungen kommen, weil die Konjunktur sich eintritt, weil irgendwas kaputt ist gegangen, weil irgendwas umgekippt ist, eine Bankenkrise ausgebrochen ist, etc. Diese Frage wird aber momentan eben noch nicht gestellt, aber es sickert zu langsam hinein, also diese Frage mit Softlanding, alles gesichert, hatte ich auch häufig gesagt, eigentlich zu früh, und das weiß der Markt da, und deswegen vergangene Woche, dieses leichte Umdenken, ist das wirklich alles so sicher, mal gucken, wie die nächsten Daten ausfallen, und die nächsten Daten, die stehen in dieser Woche an, das ist die Woche der wichtigen Konjunkturdaten, und Industrie, ISM, mit dem Arbeitsmarktbericht, und das wird spannend werden, hauen die in die gleiche Kerbe, wie in der vergangenen Woche, die Konjunkturdaten in den USA, also schwächelnd, bei stabiler Inflation, mal gucken, ob das noch Bad News und Good News sind, also vergangene Woche Fragen aufgekommen, weil in dieser Grafiken, der Mock kennt das ganz genauso, alle Mark Rosenmarkthändler wissen das genau, auch der Jamie Dimon ist kein Spinner, und dann wird diese, ja, diese Zweifel wird dann nach oben spüren, diese Seite, die Zweifel wurden in der vergangenen Woche gesetzt, aber die wird dann weiter wachsen, was brauchen die Märkte also, die brauchen eine Stabilisierung bei den Konjunkturdaten, es muss nicht mal zu stark sein, wäre auch nicht gut, weil es jetzt wieder inflationär wäre, aber eine Stabilisierung leicht besser, das wäre positiv für die Bullen, weil zugleich leicht rückläufige Inflation, das brauchen die Bullen in dieser Woche, wehe, die Konjunkturdaten bleiben wieder schwach, und die Preisdaten müssen gar nicht auf der Oberseite überraschen, können auch stabil bleiben, ich glaube, das wäre dann schon negativ, das wird nämlich langsam hinterfragt, ob diese Bad News dann wirklich so gute Nachrichten sind, und ihr seht, ich fokussiere mich gar nicht auf die Inflation, sondern auf die Konjunktur, und auch nicht auf die EZB, die am Donnerstag dran ist, ja, die EZB wird erstmals in ihrer Geschichte vor der FED, US-Notenbank-FED, die Zinsen senken, und das ist ja positiv, aber das ist eben vollkommen erwartet, das ist vollkommen erwartet, das ist logisch, was die liefern, das ist für den Markt auch schon eingepreist, das wird jetzt nicht der große Game Changer sein, vermutlich schaut man schon auf die nächsten Termine, ob man zügig dann weiter senken wird, oder erst mal auf Sicht fahren, das ist erst mal die Unsicherheit, ansonsten ist das vollkommen klar, was die EZB liefern wird, sie haben ja mit ihrer Forward Guidance, haben sie ja sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, es ist 100% sicher, dass man die Zinsen senken wird, aber danach vermutlich, ja, erst mal aufs Sidespielen gucken, wie es weitergeht, wir sind datenabhängig, bla bla bla, also das wird nicht der große Termin sein, ich werde hier wieder den Livestream starten, seid dann mit dabei, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das nicht, ich werde alles auf Deutsch mit begleiten, jede Keynote, und da seid am besten informiert, nun gut, das soll es ein bisschen gewesen sein, wie lange haben wir denn geredet, 20 Minuten haben wir geredet, aber gut, ja, so Montag, da bringe ich ja kein extra Market Briefing, hat mir erst einen Wochenausblick gestern schon herausgebracht, schaut euch den sehr gerne an den Wochenausblick, da haben wir das große Ganze etwas besprochen, hier soll es ein bisschen meine Meinung gewesen sein, mein Blick auf die kommende Handelswoche, und wie gesagt, wir haben jetzt erstmal den Sonderfaktor, fest, Monatsvektal fest, Monatsauftakt fest, mal gucken, den muss man ein bisschen rausklammern, das ist ein bisschen mit Fragezeichen, in den Short-Technik, nichts angebrannt, das reicht nicht beim S&P, Nasdaq und DAX, das ist Bullish, Bullish, fünfte Welle steht ein bisschen davor, die vier super abgearbeitet, wie gesagt, die Grafiken alle im Trading-Chat zu finden, das sieht alles gut aus, aber momentan die Frage, ist das jetzt nur der Sonderfaktor, der zieht oder ist es doch schon die fünfte Welle, die gestartet ist, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil auch MACD, kleines Warnsignal, kleine Differenz, ist kein Umkehrsignal, aber Warnsignal, wiederhole ich mich immer wieder, und ja, vermutlich wird die Handelswoche, die wir haben, viel Aufschluss bringen, mit den wichtigen Konjunkturdaten, die wir entscheiden, wie gesagt, der MACD, dunkelgrün gewesen, ein bisschen leicht durchschnaufen, wird die ja auch ins Bild passen, das soll es erstmal gewesen sein, ja, wir sehen uns sehr gerne dann im Trading-Chat auf tradingportal.net, ich wünsche euch erstmal guten Handelsauftakt diese Woche und sehr gerne sehen wir uns gleich auf tradingportal.net, bis bald, macht's gut und ciao. Outro